das war eine 1 von 10 wahnsinn verstecken das bisher einmal gespielt das war eine 1 von 10 wahnsinn also wie kann ich mich denn überhaupt heilen und wenn du herzschlag hast was machst du dann verstecken dazu schreit und wenn du verletzt ist dann zeigt das spiel automatisch an wie du dich heilst ich glaube es ist dann rechts jetzt kommt er zu uns ich schaum ich komme mal zu dir erschreckt bitte nicht er kommt wieder steht hinter uns er macht nichts ich repariere weiter und er macht nichts ich repariere so lange bis er sich verwandelt das ist mir doch zu dumm mit ihm ich lass jetzt mal kurz drauf ankommen er will punkte fahren leute ja das wird eine langweilige runde aber wir kriegen aber sowas aber du kannst ja trotzdem mal einer erklären was er macht jetzt naja also es gibt halt leider die spielen ja nicht richtig sondern die stehen halt zum beispiel neben dir und so und dann kriegt er trotzdem punkte und du kriegst punkte also es geht ihm halt nur darum punkte zu bekommen und er spielt dann leider nicht richtig das ist halt super selten also genau er bringt uns jetzt also er bringt uns nicht um es kann sein dass er dann doch noch einen irgendwie umsläbt und dann kann es aber sein dass er halt will dass wir uns dann gegenseitig heilen und so ne also das halt alle punkte aber immerhin da kannst du dich ganz entspannt ist reparieren es neben mir und ich bin an einem kleinen haus ich bin am klein haus ich habe verkackt weil ich nervös bin also schau mal darf ich darf ich hier posten lösen jetzt ist voll hier oh ich kann ich will so gern weg ist ein doppel date heute gibt es kein dreier mit euch ist hier wenig doppeldeutig muss ich sagen das ist jetzt fabio ist fabio ein bisschen anders ist als alle das kann ja das was war er hat hier irgendwas hingebaut bei mir an einem ausgang was hat er dahin gebaut so ein stück holz ich wollte was anfangen und dann ist das so was ja genau da naja ja genau dann musst du warten das ist praktisch kurz blockiert du bist da bei uns schlägt er dich nicht sollen wir denn hier rausgehen du kannst den ausgang ausgang öffnen dann kriegst du punkte fertig öffnen dankeschön für die punkte nimm uns na ne wie geht es denn sonst so gerade zurzeit also ich bin gerade sehr willig ich auch aber wenn er nichts macht dann gehen wir raus weil ich will gescheit spüren aber wir gehen raus leute ja es langweilig er macht ja nicht mal irgendwas ja eine gute runde torben absolut so so war ich das habe überlebt also das ist auch so ein paar schließt das auch immer so wenn die sich nicht wehren gefällst am besten schließt das auch immer so